Nach Brandenburg laden auch die Bibliotheken in Sachsen ab kommender Woche zum Buchsommer ein. Die Aktion richtet sich vor allem an die jüngeren Leser im Alter von 11 bis 16 Jahren, die in den Sommerferien auch gern einmal in die Buchstabenwelt abtauchen. Wer drei Bücher liest und bewertet, erhält ein Zertifikat, das dem Lehrer als Beweis für die freiwillige Lernleistung vorgelegt werden kann und zu einer besseren Deutschnote führen kann. Rund 80 Bibliotheken beteiligen sich an der Buchsommeraktion des Freistaates. Rund 80 Bibliotheken beteiligen sich an der Buchstaben.